Wir, das Bundesgymnasium 10er Gasse, unterstützen die Bewegung im Unterricht zur Verbesserung der Konzentration mit Hilfe des Projektes Vital 4 Brain. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt drei verschiedene Arten, wie eine Einheit gehalten werden kann. Entweder zeigen ausgebildete Schüler, so wie wir, die Übungen vor, oder dafür eingeschulte Lehrer. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass der jeweilige Klassenlehrer die Trainings-TV-D einricht. Dank dieser Bewegungseinheit sind die Schüler wieder vollaufnahmefähig. Der Lerneffekt steigert sich um ein Vielfaches und die Hirn-Durchblutung wird um bis zu 40 Prozent erhöht. Unsere Schule bietet zusätzlich noch verschiedene Sportarten an. Bewegung und Sport fördert die Belastbarkeit und Selbstwert. Musik 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 Es wird uns leicht gemacht, extern zu trainieren. Es wird uns leicht zu trainieren. Es ist eine gute Zeit.